Cosmopolitan. Wir kühlen unsere Cocktailschale vor und geben 4,5cl zitroneninfusionierten Wodka in den Shaker, gefolgt von 1cl Orange Curaçao. Die Frische kommt durch 1,5cl frisch gepressten Limettensaft und für Frucht und Farbe sorgen 3cl Cranberry Nectar. Ice it up. Shakerdeckel drauf und dann wird ordentlich geshakt. Das Glas dürfte jetzt kalt genug sein, also Eis weg. Nun seien wir den Cosmopolitan ab, bewundern seine Farbe und benetzen die Oberfläche mit Orangenölen für die Nase. Spotlight an. Cheers.